Wo ist jetzt der fucking Stream? Wo ist der jetzt? Das ist die Ankündigung. Trailer ansehen, ja. Das ist eine Ankündigung. Mein erster Blick auf Nintendo. Ach, das ist das, was... Das ist gar kein Stream. Das ist das Teil, das angekündigt wurde. Das ist der Trailer, das ist das, was wir heute bekommen. Oh, das ist so lame. Das ist es, was wir bekommen scheinbar. Nur ein Video. Oh, schnallt euch an. Darauf haben wir gewartet. So ist kein Rap-Better in Tackling. Sollst du mir sagen, was das ist, Nintendo? Aha. 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 Okay. Was ist das hier gerade? Was ist das denn? Warum bist du ein Karton? Was soll das denn? Wollt ihr mich verarschen gerade? Was ist das? Ich will aber keine Kartons von Nintendo kaufen. Oh, kaum zu glauben, dass du Single bist, Typ mit dem Switch-Rucksack. Was macht das alles jetzt? Was bringt das? Soll das eure neue Motionsteuerung sein, Pappe? Könnt ihr nicht einfach wieder Wiimotes verkaufen oder so? Warum ist das aus Pappe? Hä? Was? Ich will nur 94099, Nintendo Labo. Nein, nein, ich möchte nicht Teil der Nintendo Labo Video Community werden. Was ist das jetzt? Interno Labo. Der Hype is real, würde ich sagen. Der Hype, ich spüre ihn. Ein Robo-Set. Ab dem 27.04. und das Multi-Set auch. Okay. Was kann der Workshop? Deko Elabor ist einer der Ersten. Aha. Eltern oder Erziehungsberechtigte oder andere Familienmitglieder? Wie PC kann so eine Aussage noch werden? Wie PC kann so eine Aussage noch werden? Eltern oder Erziehungsberechtigte oder andere Familienmitglieder oder Freunde der Familie, die gerade auf die Kinder aufpassen? Die Nintendo Labo noch vor Veröffentlichung vom 27. April mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern ausprobieren möchten. Ey, ich habe gerade 700 Kinder hier. Können am Nintendo Labo Workshop in Hamburg teilnehmen. Hey Kids, wollen wir nach Hamburg teilnehmen? Möglicherweise können sie sogar als Tanser-Kampagne dabei helfen, Nintendo Labo der ganzen Welt vorzustellen. Ja, ich fahre jetzt nach Hamburg. Der Nintendo Labo Workshop ist ein spezielles Event bei den Kindern, Eltern, Mädchen, Angehörigen und Influencer. Oh, Influencer bedeutet Let's Player. Oh nein. Oh, jetzt will ich nicht mehr hin. Zusammen mit Nintendo Labo bauen. Oh nein. Wisst ihr, was diese Aussage bedeutet? Wenn die Scheiße rauskommt oder wenn das Event am 27. April auch immer stattfindet, werden einige Let's Player Videos hochladen, wie sie umgeben von Kindern mit Nintendo Labo spielen werden. Das ist ziemlich aufregend und entdeckt. Die Teilnahme ist begrenzt, daher nutzt man das Anmeldeformular, um die Chance auf die Teilnahme an deinem Event in Hamburg zu erhalten. Der Workshop wird ca. 3-4 Stunden. 3-4 Stunden! Geht's um Recycling? Achtend. Bitte nicht, Papa, Bogi. Ich ha, nicht mehr so viele Tage wo du Cortcapot40 Crawler hast. Warum sollte man so viele nutzen nehmen? Boggian ADA,oppcychwürdig... Always like theseunda, ja? Vielen Dank.